Das ist das, was ich auf vielen Muslimen, weil es gibt auch viele Muslimen wirklich Berührungsangst, weil ich den auch mit auf den Muslimen. Also für mich war es immer interessant, wir leben auch nach dem Ausland, wir sind nur älter, jetzt kommen wir da mal her, heute EGB, da unten DGB und dann hier, das ist was ganz außen. Und dann radikale Hassprediger. Ehrlich bin ich ehrlich, ich habe es nicht so lange angehört, weil es hat mir, ich esse gerne, ich wollte mich schon nachverliegen, das andere ist das. Das ist gar nicht so gut, ich sage es natürlich nicht, aber es war mal interessant. Das freut mich. Deshalb, ich habe das einfach jetzt mal kennengelernt. Versuchen Sie mal unsere Internetseite. Ich habe kein Internet. Ich habe vorhin gesagt, unser Internet ist einfach... Schenk Ihnen mal eine DVD von mir, damit ein Andenken von mir hat. Ne, brauche nicht. Ich habe es vorhin gesagt, schauen wir aus dem Fenster raus. 50 Kilometer weit. Das ist mir nett. Aus dem Fenster. Ne, wirklich wahr. Wir schauen, wir haben eine ehrliche Landschaft. Bei uns wächst die Krache, Zuckerrüben, Futterrüben, Wein, Kartoffeln. Das ist doch wirklich Deutschland, das ist so ein schönes Land. Wunderbar. Und gerade in Oberfranken. Unterfranken. Unterfranken, Entschuldigung. Ja, schönes Land. Also, ich möchte jetzt noch ein Espresso trinken. Ich wünsche Ihnen alles. Servus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Bis dann. Servus. Servus. Servus.